Die Welt der Energie verändert sich. Zu einem Ort, wo zunehmende Digitalisierung, dezentralisierte Energie und automatisierte Optimierung entscheidend sind. Wo immer mehr Menschen nicht nur Energieverbraucher, sondern auch Energieerzeuger sind. Wo private und gewerbliche Verbraucher Teil einer globalen Community sind. Wo wir mit unserer Energie interagieren können, damit sie für uns arbeitet. Wo wir autark und netzunabhängig sind. Wir sind SMA Solar Technology, ein globaler Anbieter von Energielösungen. Und Annex OS ist unsere innovative Plattform, die das Leben leichter macht. Durch die intelligente und automatische Optimierung ihrer Energie aus verschiedenen Quellen. Und das ist erst der Anfang. Melden Sie sich jetzt bei SMA für Annex OS an, um an der Zukunft der Energie mitzuwirken. Sie sind währenddessen. Fluid � ничего ba